Silvester 2009 am Feierberg. Ruhe vor dem Sturm. Die Küche hat sich kräftig ins Zeug gelegt, wunderbare Sachen gemacht. Sushi sehe ich da, feines Carpaccio, ausgezeichneten Lachs. Unsere Leute vom Service, Ernst Flüchtet. Schönen guten Abend, herrliches aus der Patisserie. Köstlichkeiten. Im Frontcooking wird es heute beines Campis geputzelt. Die eben wunderbare Antipasti. Es zahlt sich schon aus, den Jahreswechsel am Feierberg zu feiern. Posit 2010.